Moin Leute und Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit Hypixel SkyBlock. Ja, weiter Floor 7 Runs, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, wie immer. In der Zwischenzeit habe ich nicht wirklich was gemacht noch. Ich denke, ich join... Ich join hier. Ich muss das noch so machen. Und ja, wir sehen uns in der Runde, bis gleich. So, da sind wir in der Runde. Äh, hier. Okay, ähm... Ja, wir haben ganz gut High Level. Deswegen denke ich mal, dass wir es schaffen sollten. Momentan ist aber leer. Krass. Ich habe es extra nochmal vor der Feuer geleert. So, gehen wir gleich geradeaus. Gehen wir gleich weiter geradeaus. Gehen wir gleich komplett geradeaus. I guess. Ja, und... Hier ist auch schon... Das erste Puzzle. So. Der Interessiert mich nicht. Äh, wir gehen mal hier lang. Gehen wir jetzt sogar das Secret auswendig. Logisch. Sollte ich auch... Eigentlich müssen wir wirklich mal lernen, jedes Secret auswendig zu lernen. Aber, naja, es ist halt... Es ist halt viel zu viele Räume. Ich habe vor allem kein M. Wirklich bei Weitem zu viele Räume. Ich würde jetzt mal gerne noch hier gucken. Ja, okay, egal. Aber wir haben es sowieso schon alle drei. Joa, jetzt wird witzig. Jetzt muss ich hier die Secrets finden. Ich habe gar keine Ahnung. Wir machen aber die Crypts. Wieviel haben wir denn? Vier Crypts müssen wir sowieso noch einen machen, dann dementsprechend. Ah, guck mal. Ich habe ein paar Drecksdinger. Oh, Junge. Was war das? Ja, das wird auch voraussichtlich... Oh, Leute. Ähm, in ein paar Tagen, was weiß ich, 1, 2 Wochen, keine Videos kommen, weil ich... Einmal auf Klassenfach bin. Und... Äh, danach nochmal in Ferienurlaub eine Woche. Oder so. Deswegen... Ja, voraussichtlich kommen dann 1, 2 Wochen, ich denke ja, 2 Wochen, keine Videos. Das ist, glaube ich, das vorletzte Video erst mal. Nein, sie haben 300. Ähm. Ja. Oh ja, Herz. Die, warum ist denn da unten keiner? Lauf doch dahin. Also, ja, es wird dann Zeit, keine Videos kommen. Ich meine, vorproduzieren könnte ich, ja. Aber, nee, der hat gar keinen Bock erstens. Und auch, äh, die Zeit theoretisch eigentlich gar nicht. Einer. Und einer ist schon gestorben. Alter. Und der Nächste ist gestorben. Nein, ich wollte es nicht. Gott, ich sehe nicht mehr was. Okay, er ist auf jeden Fall gehiltet worden. Genug. Alter. Alter. Aufhören. Du fackst ab. Ey, das ist so nervig, wenn man noch mitnimmt. Ja, okay, ist nur noch es. Weil zwei Leute gestorben sind. Uff, Junge. Wiederbeleben? Ja, komm, wir leben mal wieder. Ja, 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 okay, 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 okay. Ist er schon? Der ist doch gar nicht. Nee, nee, der muss noch, der muss noch. Digga, jetzt ist er. Ah, okay, jetzt ist er. Nice. Sehr schön. Green, yellow. Ey, es ist schon immerhin gestorben, alter. What the fuck? Wenn man das nicht überleben kann, dann spielt man diesen Floor nicht. Also, das verstehe ich nicht. Ja, okay, wir können uns schon mal darunter stellen. Pads sind clear. Ha! So gut. Oh, ich mache es sogar extrem. Same damage mit dem Bogen, lol. Ja, okay, jetzt nicht mehr. Jetzt wahrscheinlich ein Crit. Och, Digga! Weil, wenn ich da runterstehe, warum... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. 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 Weiter Revive. Digga, warum machst du da eine Wand hin? Oh, mein Gott. Das ist auch schnell. Ha? Jetzt wird gemacht. Äh... Wo? Welches? nein mein gott ich wusste es jemand muss gode abschießen aber es macht halt niemand jetzt da kommst du nicht hoch alter ich verstehe nicht immer da hoch muss irgendwie von der seite nach da oben springen ja genau durch ja jetzt muss nur noch der muss nur noch gestand werden was ist der mit seinen gg alter what the fuck ja der buss ich jetzt durch hat er lieb gemacht weiß es nicht das war close das war wirklich close erlaubt schaffen aber nicht menschen konnte es selbst mit den tnt umrühren das ist schon funny geht das nope schade wollten treffen mit den potions die potions vom tank sind so unnötig muss man sagen also wirklich ich glaube es wäre effizienter wenn einer von den beiden die abschießt also den gold abschießt also noch einer übrig ja schon genau was wir nicht lieber sehen dass ich entweder mehr reinschneide wie wie man nicht dann schon clear oder die secrets mache halt in den dungeons oder die bosse also das ist mehr von den bossen drin ist weil ja weiß noch nicht ich versuche immer so hälfte hälfte zu machen probleme sie dann schon sind relativ schnell deswegen ja was ist lieber dann schon also die mobs also klären oder halt boss schreibt aber die kommentare stimmt genau oder hier noch irgendwelche anderen spiele sehen schatz in kommentare spielnamen oder so vielleicht guck mal an vielleicht kenne ich es vielleicht meintes dann weil ja nur minecraft weiß nicht ob ich nur minecraft auf meinen channel machen will alles würde ich halt zwei bis drei spiele fokussen also ja wenn ihr das game gefunden hat oder so oder wollte diesmal art mehr angucke oder spiele dann schreibe aber in die kommentare oder schreibt mir auf das code kann man das code server jederzeit join ist in der video beschreibung der link aber was auch noch sagen wollte ist deshalb kommt auch kein sagt zwei weil ich es hat nicht wirklich aktiv spiele weil ja es macht nicht so viel bock vielleicht kommt irgendwann wieder was aber erstmal erstmal nicht okay also ich sitze jetzt seit ein paar minuten und bisher passiert nix also ja es wurde nicht zeit wirklich alter ich hasse es what the fuck okay wir haben noch nicht gestartet gut die beim dreimal berserker wo ist meine minimap mir fehlt die minimap es ist ein bisschen erneuung muss ich sagen was ist das für ein raum so der rechts hier ist mit drei secrets die haben ja ich würde schon gerne die dinge machen ich bin ordentlich bin ja da aber nur aber nur ein ding gemacht okay machen wir schnell die grüße ist alle da sehr schön das muss nur noch da hoch also ja genauso jetzt ist es schon ein race nice bitte wir sehen mich an ich habe keinen bock noch mal hier irgendwie weg zu müssen ja okay weiß weitere energy crystal er noch nicht einfach die ganze zeit ab alter bist du nervig oh mein gott das warum hat ein tarantula um Ah! Okay. Oh mein Gott! Yo! Der Damage von dem Typen hier ist heftig. Wo ist er überhaupt? Nee, warum geht der da drüben hin? Ja, okay, das war nicht so gut. Warum geht der rüber wieder? Zu uns, lol. Ah, okay, 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 okay. Okay. Bro. Digga! Warum wird der ganz jetzt so geackrowed? Warum gehst du nach oben? Wo ist er unten? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro. Oh mein Gott! Jetzt ist es witzig. Digga! Oh fuck. Ist noch durch. Digga, er ist so dumm. Oder lebt er noch? Er lebt noch scheinbar, okay. Ich dachte schon, er ist deswegen gestorben. Alter, er hat schon... Nur er hat drei Tode. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er tut jetzt auch so den ersten Tod. Okay, er wird langer geschehe. Keiner ist Platz mehr, aber es müsste es werden. Oh! Oh! Du weiß... ...und lieber. Oh, das kann knapp werden. Ja, wird auch. Oh mein Gott. Ich kann doch nicht rein. Ich hätte... Ja, war dumm von mir. War dumm von mir. Ich hätte, äh, Dings machen sollen. Ja, ich hätte... Äh... Wie heißt... ...die Pearl nehmen sollen. Ja, jetzt hab ich down, fuck. Niemand hat einen Revive-Stone? Doch. Slame. Ich glaub, das schaffen die auch so. Weil da eine Dude hat. Ist das ein Terminator? Das IST ein Terminator, Junge! Das können wir gar nicht mehr verlieren eigentlich. Nicht so viel... Das ist... Ja! Ist ein Terminator, glaub ich. Also, ich mein, er... Ich glaub, er schießt... Ja, er schießt drei Pfeiler auf einmal. Also, es ist ein Terminator. Dementsprechend. Boah, Junge. Ey, der Damage ist sooo krank! Ja, okay. Tjo, wir haben hier... ...necran einfach 49 Sekunden gebraucht. Heftig. Ja. Ja. Precursor-Gear, lol. Emerald Chest ist sogar was wertvolles drin. Aber wo ist ein Catalyst? Okay. So, das war's wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüüüüüüss! Vielen Dank.